Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Altcoin Update Video. Heute schauen wir uns Internetcomputer an. Ich weiß, es ist für viele ein Shitcoin, wurde aber komischerweise trotzdem mit am meisten gewünscht. Deswegen werden wir uns heute das mal ein bisschen genauer anschauen, wie es hier weitergehen könnte, wie wir uns hier positionieren und wie es charttechnisch natürlich aussieht. All das werden wir uns jetzt natürlich angucken. Wir werden nochmal einen kurzen Blick auf CoinMarketCap werfen. Bevor wir jedoch starten, lasst dem Video schon mal gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram Talk und Signal Gruppe rein. Schauen wir, wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und weiterhin gilt, wie gesagt, wenn ihr bei BingX euch registriert, habt ihr die Chance auf ein kleines Merch Paket. Und ja, wenn ihr weitere Altcoin Wünsche habt, schreibt sie gerne unten in die Kommentare rein oder in die Telegram Gruppe, dann werden wir die jetzt nach und nach immer wieder abarbeiten. Eins bis zwei Altcoins die Woche. So, und damit würde ich aber sagen, gehen wir rein zu ICP, also Internetcomputer. Wie gesagt, für viele ist es einfach ein Shitcoin, weil wenn wir uns jetzt einmal mal auf groben Timeframes, also auf den ganz, ganz großen Timeframes das angucken, sehen wir einfach, seit dem Listing ging es im Endeffekt nur bergab. Ist vielleicht so, viele sind Fan von dem Projekt, weil halt wirklich alles dezentral sein soll, was man im Endeffekt nutzen kann. Sei jetzt einfach mal dahingestellt. Wir schauen uns das Charttechnische an und da hat sich zuletzt eine sehr, sehr gute Möglichkeit ergeben. Wir hatten eine sehr, sehr lange Seitwärtsphase seit Anfang September bis jetzt knapp Mitte Oktober gehabt. Wir haben im Livestream uns das öfters mal angeguckt und hatten jetzt ein schönes, impulsives Breakout mit einem höheren Hochfolgen. Das ist gut, plus endlich mal deutlich mehr Handelsvolumen, was hier in den Markt gekommen ist. Man muss dazu sagen, so richtig überzeugt bin ich von diesem Breakout noch nicht. Mal ganz kurz auf CoinMarketCap geguckt. Wir haben hier derzeit eine MarketCap von 1,6 Milliarden Volumen, täglich 31 Millionen. Ist mittlerweile ziemlich abgestürzt, muss man schon sagen. Es war mal kurzzeitig, glaube ich, auf Platz zwei oder drei oder sowas bei CoinMarketCap. Mittlerweile ist es natürlich durch diesen ganzen Dumps und sowas deutlich zurückgefallen und wir befinden uns noch auf Platz 34, aber an dem Projekt wird gearbeitet. Es tut sich anscheinend sehr, sehr viel, was ich auch von anderen YouTubern und sowas mitbekommen habe. Also tot ist das Projekt anscheinend noch nicht. Und wie gesagt, die erste Chance jetzt hier haben wir jetzt erstmal genutzt. Wir haben einen Breakout gekriegt. Wir haben auch hier, sollten wir jetzt nochmal in diese Zone hier, in diese grüne Box kommen und diesen Test nochmal vollziehen. Ist das FIP falsch angelegt? Würde es bedeuten, dass wir bei 3,24 nochmal ein höheres Hoch reinkriegen, zwischen 3,33 bis ungefähr 3,24 wäre so diese Retest Area, wo ich sagen würde, okay, können wir uns hier halten, hätten wir einerseits den Retest vertragen und wir hätten ein höheres Tief und könnten dann die Reise in Richtung 4,40 Dollar fortsetzen. Es wäre auch hier nochmal die Möglichkeit, hier möglicherweise abzuwarten und zu sagen, okay, hey, ich bin hier noch nicht in diesem Projekt, ich will aber ein bisschen rein investieren. Dann wäre hier nochmal eine Möglichkeit, um nochmal Nachkäufe zu tätigen in dieser Box. Ansonsten, ich muss dazu sagen, ich bin schon länger drin, habe dann hier oben gekauft. Das war dann im Endeffekt die nächste Supportbox, wenn wir uns bei hier das so vergangenheitsmäßig ziehen. Das ist dann ja auch der zukünftige Widerstand. Das heißt, ich bin hier derzeit ein bisschen im Minus, habe aber hier unten nochmal ein bisschen nachakkumuliert. Das heißt, Entry dürfte hier irgendwo zwischen die 3,60 und 3,80 sein grob. Für euch, wie gesagt, ist das jetzt erstmal unwichtig. Wichtig ist für alle Investoren, wir müssen hier dieses Golden Pocket bzw. das 0,5er nochmal testen mit einem höheren Tief, um dann, sage ich mal, ein nachhaltiges Breakout zu kriegen. Und was ganz, ganz wichtig ist, das ist ja nur diese kleine Abwärtsbewegung, diese kleine Range, die wir gebildet haben. Es ist alles schön und gut, dass wir hier erstmal ausgebrochen sind. Aber, und das ist eben das große Aber, der richtige Widerstand befindet sich meiner Meinung nach erst hier oben, so ab 4,15 bis ungefähr 4,60. Erst wenn wir diesen Bereich hier oben wirklich nachhaltig durchbrochen haben, mit einem Weekly Daily Close oder mehreren Daily Closes, dann ist für mich wirklich hier Bullrun-Stimmung angesagt und dann könnten wir auch hier eine schöne Trendwende hinlegen. Ansonsten, kurzfristig, wer wirklich spekulativ handeln will und wirklich sagen will, okay, ich habe noch keine ICP, mich überzeugt, aber das Projekt, lest euch das bitte alles ganz genau durch, dann wären hier die nächsten Einstiege bei ungefähr 0,33 bis ungefähr 3,24 circa, wo eben das Golden Pocket ist für Spot-Einkäufe. Und das ist jetzt eben das Problem, wir hatten immer wieder tiefere Tiefs bei ICP. Wir haben noch nicht diese Riesenvergangenheit wie bei Bitcoin, dass wir sagen können, hey, da ist noch ein Tief, noch ein Tief und noch ein Tief als Unterstützung. Das haben wir hier nicht. Das heißt, wir müssen mit den FIPS, die wir hier abarbeiten als Support, müssen wir nach unten hin auch als weitere Support-Zonen dann anerkennen. Das heißt, hier beim 1,618, der nächste Support wäre dann erst bei 2,48 grundsätzlich. Und das macht das Ganze hier deutlich schwerer. Wir haben hier mit ICP, deswegen hat es mich echt gewundert, dass so oft der Wunsch kam. Entweder sind viele frühzeitig rein oder keine Ahnung, viele sind einfach interessiert an dem Projekt. Aber wir haben hier einfach das Problem, wir haben nach unten hin, weil dieser Chart in Anführungszeichen ziemlich neu ist und nur nach unten hin kennt, keine richtige Support-Zone mehr unter uns zu finden. Das heißt, wir müssen mit dem Hand haben, was uns momentan der Chart gibt. Sollte dieses Breakout jetzt gelingen mit einem höheren Tief, ist es alles schön und gut. Da müssen wir uns keine Gedanken mehr wahrscheinlich machen, dass wir nochmal ein tieferes Tief sehen. Aber sollte das eben fehlschlagen und wir gehen doch nochmal tiefer, dann, Leute, müsst ihr echt stark genervt haben, weil dann können wir auch, wie gesagt, Richtung 2,40, Richtung 2 Dollar. Das ist verdammt schwer. Also es ist ein hochriskantes Investment, sage ich jetzt einfach mal hier bei ICP, weil wir einfach nicht diese Vergangenheit haben und charttechnisch hier einfach komplett schwer ist. Gehen wir mal in den 4-Stunden-Timefilm. Wie sieht es dort aus derzeit? Also wie gesagt, wir hatten diesen impulsiven Anstieg. Alles schön und gut mit sehr, sehr viel Volumen. Dieses Volumen hier liegt auch in diesem Bereich bei ungefähr 3,32. Könnt ihr euch daran erinnern, da lag das 0,5er. Das heißt, hier ist sehr, sehr viel Liquidität in den Markt gekommen. Würde einen sehr, sehr guten Retest darstellen. Die Range hier auf dem 4-Stunden-Timefilm wurde jetzt nach oben hindurchbrochen, auch mit sehr, sehr viel Volumen. Also auch, ich sage jetzt mal nicht nur Spot-technisch, auch Chart-technisch. Würde dieser Bereich sehr, sehr ansprechend sein, sollten wir ihn gegebenenfalls dann eben, so, jetzt funktioniert das hier wieder nicht, so, sollten wir ihn gegebenenfalls hier nochmal testen am 0,5er, beziehungsweise am Golden Pocket mit einer möglichen Long-Position, auch was mit Hebel anbelangt. Ansonsten, wie gesagt, Ziel ist klar, Spot-technisch und Hebel-Trade ist. Und dann würde ich sagen, war es das eigentlich schon wieder, weil viel gibt es hier aufgrund der wenigen Support-Zone eben nicht zu sagen. Wir schauen uns dann vielleicht am Wochenende nochmal 1, 2 Altcoins an. Und ansonsten gerne eure Wünsche unten in die Kommentare reinschreiben. Unterstützt das Video mit einem Like, mit einem Abo, Glocke aktivieren. Und dann war es das von mir. Ich wünsche euch einen schönen weiteren Tag, erfolgreichen Tag. Und ja, bis dann hin, hören wir uns dann morgen früh wieder. Ciao, ciao und wie immer. Bis dahin.